Kastenwagen-Selbstausbau. Acht Gründe, die dagegen sprechen und warum wir uns für einen fertigen Ausbau entschieden haben. Achtung, am Ende verraten wir aber auch, für wen der Selbstausbau vielleicht doch eine Option sein kann. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Waldhelden-Video. Wir sind Udo und Christina und heute wollen wir eine umstrittene und spannende Frage mit euch klären. Den Kastenwagen selbst ausbauen oder einen fertigen Ausbau kaufen? Auch wir haben uns lange damit beschäftigt und uns diese Frage gestellt. Unter anderem spielen hier die Kosten, der Wiederverkaufswert, aber auch das Gewicht eine wichtige Rolle. Alles Punkte, die letztendlich zu unserer Entscheidung für einen professionellen Ausbau geführt haben. Die acht wichtigsten Punkte gehen wir jetzt mal mit euch durch. Wir haben sicherlich beide keine zwei linken Hände, jedoch erfordert so ein kompletter Ausbau einfach viel Fachwissen und handwerkliches Geschick in unterschiedlichsten Bereichen. Mit etwas Recherche, Anleitung und etwas Hilfe würden wir uns den Ausbau schon zutrauen. Allerdings wüsste ich genau, dass er letztlich nie so perfekt werden würde, wie ich es gerne hätte. Ich bin halt Programmierer und kein Möbelschreiner. Wenn es nicht an den Fähigkeiten scheitert, dann einfach an der fehlenden Erfahrung. Ist es sinnvoller, wenn die Klappe nach oben, unten oder zur Seite aufgeht? Wo ist der beste Platz für die Elektrik? Welche Dämmung isoliert gut und fängt nicht irgendwann an zu schimmeln und so weiter und so fort? Über jede kleinste Sache müssten wir uns den Kopf zerbrechen oder lange recherchieren, weil wir einfach keinerlei Erfahrung mit dem Ausbau von Fahrzeugen haben. Da verlassen wir uns lieber auf die 40 Jahre Erfahrung von der Firma Chausseau und lassen die unseren Wellen bauen. Nehmen wir kurz an, die bislang genannten Punkte würden uns von dem Plan, einen Kastenwagen selbst auszubauen, noch nicht abgebracht haben. Dann würden wir jetzt eine Menge Werkzeug benötigen. Da so ein Ausbau sich über mehrere Wochen und Monate hinzieht, ist Laien eigentlich keine Option und alles neu zu kaufen geht ins Geld. Wir haben zwar einige Werkzeuge zu Hause, aber teilweise so alt und verrostet, da hat schon Fred Feuerstein die Walze an seinem Wagen mitgewechselt. Das reicht für ein paar kleine Arbeiten aus, aber für einen längeren Zeitraum möchte man damit sicherlich nicht arbeiten. Okay, Werkzeug habt ihr also auch. Was ist mit einer Werkstatt oder einem Platz, um ungestört an eurem Fahrzeug rumzuschrauben? Vor allem in der kalten und regnerischen Jahreszeit wäre ein trockener oder vielleicht sogar beheizter Raum von Vorteil. Wir haben zwar eine große Garage, aber von der Höhe passt der Van leider überhaupt nicht rein. Eine Grube oder Bühne haben wir natürlich auch nicht, falls man mal was von unten am Van machen müsste. Hier würden also eventuell weitere Kosten für eine Werkstatt oder Halle anfallen. Wie gerade schon erwähnt, würde bei unserem Ausbau viel Zeit für Recherche draufgehen. Einige Dinge müssten sicherlich auch zwei- oder dreimal angegangen werden, weil sie aufgrund fehlender Erfahrungen nicht auf Anhieb klappen würden. Aber selbst wenn man das mal außen vor lässt, kostet so ein kompletter Umbau auch einfach viel reine Arbeitszeit. Wir hatten keine Lust, jeden Abend nach der eigentlichen Arbeit draußen in der Kälte und aktuell auch im Dunkeln an unserem Van zu schrauben. Da lassen wir den Van lieber von Profis bauen, während wir gemütlich vor dem Kamin sitzen und unsere erste Tour planen. Ein weiterer Minuspunkt ist das Gesamtgewicht. Ein professioneller Ausbauer verwendet spezielle Materialien, die besonders leicht sind. Alles ist genau durchdacht und auf ein möglichst geringes Endgewicht ausgelegt. Beim Selbstausbau dagegen sollen die Materialien meist günstig und im Baumarkt um die Ecke verfügbar sein. Die meisten Ausbauten bestehen daher aus Dachlatten, Brettern und OSB-Platten, die in Summe einiges an Gewicht mitbringen. Je nach Fahrzeug muss man dann schon darauf achten, dass man noch ein, zwei T-Shirts und ein Bikini mitnehmen kann, ohne das zulässige Gesamtgewicht zu überschreiten. Bevor wir jetzt zum nächsten Punkt, den Kosten kommen, kurzer Hinweis. Falls euch das Video gefällt und euch bei eurer Entscheidung weiterhilft, lasst doch gerne einen Daumen da und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, das zu tun. Klickt am besten auch gleich die Glocke dazu, damit ihr keines unserer Videos mehr verpasst. Das hilft uns, diesen Kanal weiterzuentwickeln und regelmäßig jeden Sonntag neue Videos für euch zu produzieren. Ein eigener Ausbau in vergleichbarer Qualität zu einem Van vom Werk ist keinesfalls günstiger. Ein neuer Ducato kostet bei Fiat alleine etwa so viel, wie wir jetzt für den komplett fertig ausgebauten Van bezahlt haben. Nimmt man einen etwas jüngeren Gebrauch, dann zahlt man dafür immer noch um die 25.000 Euro. Beim Ausbau hängt es dann natürlich von den verwendeten Materialien und der gewünschten Ausstattung ab. Bei unserer Recherche haben wir einige Beispiele von 7.500 bis 12.000 Euro gefunden. Rechnet man das grob zusammen, landet man ungefähr bei 35.000 Euro. Und wenn man jetzt überlegt, dass unser Van in der Basisausstattung fertig mit Markise und Solaranlage, allen Pipapo drum und dran, dann nur 1.500 Euro mehr kostet, brauche ich nicht lange überlegen, ob ich mir die ganze Arbeit wirklich antun will. Zumindest uns ging es so, dass wir nicht wirklich Vertrauen in die angebotenen Selbstausbauten hatten. Man weiß nicht wirklich viel über das handwerkliche Können der Erbauer. Und wenn man sich im Netz so ansieht, was für Probleme durch falsche Materialien und Verarbeitung entstehen können, dann war uns das Risiko einfach zu hoch. Schimmel in der Isolierung, Beschädigung von sicherheitsrelevanten Karosserietallen und so weiter und so fort. Und sollte man den selbst ausgebauten Van dann doch mal irgendwann verkaufen wollen, wird man sicherlich nie das Geld wieder rausbekommen, was man investiert hat. Bei einem professionellen Ausbau hat man hingegen, zumindest aktuell, einen sehr geringen Wertverlust. So, das waren jetzt 8 gute Gründe, warum wir uns gegen den Selbstausbau entschieden haben. Trotzdem sieht man gerade hier auf YouTube immer mehr Leute, die mit einem wirklich schönen und teilweise auch günstigen Selbstausbau unterwegs sind. Also, für wen ist der Selbstausbau vielleicht doch eine Option? Es muss handwerkliches Know-how, Erfahrung, Werkzeug und Platz für den Ausbau vorhanden sein. Das Basisfahrzeug sollte schon älter und somit günstig sein. Damit muss man eventuell Abstriche bei der Umweltplakette in Kauf nehmen und sich bei Reparaturen am Fahrzeug zu helfen wissen. Zeit sollte keine Rolle spielen und du solltest Spaß am Ausbau selbst und nicht nur am fertigen Ergebnis haben. Und natürlich, wenn dir Optik oder Grundriss der Kastenwagen von der Stange nicht gefallen. Wenn du zum Beispiel einen Kastenwagen ohne Bart haben möchtest, weil du den Platz irgendwie anders nutzen willst, wirst du bei den fertigen Ausgebauten vermutlich nichts Passendes für dich finden. Und wenn du jetzt noch Argumente pro oder kontra Selbstausbau hast, dann schreib uns diese gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Bis bald.